Hey Freunde, was geht ab? Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass ich schon mal dieses Spiel gespielt hat, wo man sich splitten kann, Freunde. Da vorne sind meine Beine, hier ist mein Oberkörper und ich kann sogar tauschen, Freunde. Aber ich kann die auch wieder zusammenfügen, Freunde. Wir haben hier noch einige Levels offen und die müssen wir jetzt gemeinsam schaffen, Freunde. Das hier ist einfach so eine Obby, wo man sich zerteilen kann, Freunde. Ich glaube, ich habe hier gerade schon Fehler gemacht. Ich hätte die Seiten wechseln müssen, so. So, jetzt kann ich mit der anderen Seite hochgehen oder auch nicht. Ah, jetzt muss ich springen. Warte mal. Jetzt muss ich springen. Ah, so geht das. Okay, jetzt muss ich den Block nehmen. Okay, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht, glaube ich. Oder? Kann ich die zusammenfügen? Jetzt nehme ich die Kiste hoch. Aber ich weiß nicht mehr. Ah, F, Pickup. So, jetzt nehme ich die und jetzt schmeiße ich die da hin. Und jetzt kann ich auf die andere Seite hochgehen und mit meinem ganzen Körper gerade noch hochspringen. Krass. Was ist das hier? Ah, hier kann ich schießen. Okay. Ich muss hier schießen. Ich muss den treffen, den Korb oder wie? Na, das wird jetzt ja lustig. Wie soll das denn gehen? Ich spame jetzt einfach. Ist das hier nicht so richtig? Wahrscheinlich nicht. So, und jetzt schießt der einfach nur so. Ich muss aber ein bisschen nach oben. Aber warum muss ich hier splitten? Das checke ich nicht. Okay, Schuss. Ich muss noch ein bisschen weiter nach oben. Jetzt nochmal wieder schießen. Oh, knapp. Knapp, das war es beinah. Und Schuss, 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 Schuss. Ich spam wieder. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ja, ich habe es geschafft. Okay, und jetzt kann ich schnell hier hoch, hier hoch. Und ja, ich bin weiter. Ab ins nächste Level. Oh mein Gott, krass. Okay, und was war das hier nochmal? Ich glaube, da können nur die Füße rüber, oder? Ich gehe hier hoch. Splitte. Der kann hier rüber. Ah, einzeln nur. Full or bottom only. Hä? Das stimmt ja gar nicht. Ich kann da ja nur mit dem Oberkörper hoch. Na gut. Aber ich habe hier irgendwie einen Fehler. Warte mal. Ich muss die nochmal zusammen machen. Hier gibt es auch noch einen Nachbarraum. Was ist das denn hier? Okay, hier ist irgendwie was Wildes. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich das, was ich eher am Ende machen muss. Ich glaube, ich muss erstmal hier hin. Hier durch. Dann tausche ich die Position. Fahr den da hin. Wechsel wieder. Aber ich kann ja nicht springen. Ah, so. Und schnell. Und schnell. Und jetzt. Und jetzt. Jetzt bin ich tot. Ah, warte. Ich glaube, ich musste den anderen dann nehmen. Warte mal. Der geht dann zur Seite. Hä? Kann mir das jemand erklären, wie das geht? Also. Ah, jetzt sind die genau miteinander verbunden. Ah. Jetzt checke ich es. Okay. Also, ich gehe mit dem halben Körper hier rüber. Auf dem Ding drauf. Dann stelle ich mich hier rauf. Gehe schnell rüber. Gehe schnell hier rüber. Und jetzt schnell hier rüber. Und jetzt kann ich hier hin. Und dann muss ich ganz vorsichtig einmal da raufdrücken. So. Und jetzt habe ich hier genug Platz, um hier rumzulaufen. Jetzt drücke ich wieder R. Schnell hier einmal hin. Jetzt kann ich wieder wechseln. Ah, ich muss noch einen Tick. Tick. Ah, da bin ich jetzt. Und jetzt kann ich hier hin. Jetzt kann ich wieder mit R noch ein kleines Stück. Und jetzt kann ich wieder hier hin. Und jetzt kann ich hier hochlaufen. Den nehme ich mit. Und was passiert dann? Wahrscheinlich ist jetzt in einem anderen Raum irgendwas passiert, Freunde. Da muss ich mal eben schauen, ob da jetzt in dem Raum was passiert ist. Ich muss es rausfinden, Freunde. Gehe hier hoch. Versuche hier rüber zu gehen. Ne, das geht nicht. Geht auch nichts. Kann ich jetzt hier durchgehen? Ne. Muss ich doch hier irgendwas machen? Muss ich das mitnehmen? Pick up. Muss ich irgendwie das hier rüber erwerfen? Schräg oder so? Ähm. Muss ich damit vielleicht wieder zurückkommen? Ich glaube, hier rüber muss ich zurückkommen, Freunde. Ich denke, ich muss hier wieder hingehen. Und den Switch wieder drücken, sodass das Teil auf der anderen Seite kommt. Und so, jetzt gehe ich hier hin. Ne, jetzt gehe ich erstmal hier hin. Genau. Und jetzt kann ich nämlich auf diese Seite gehen. Hier schnell rauf. Hier ganz schnell rauf. Hier noch schneller rauf. Und jetzt da hin. Oh mein Gott, Freunde. Ich glaube, wir haben es. Jetzt gehe ich hier rüber. Dann komme ich damit durch. Und jetzt kann ich mich mit dem vereinen. Jetzt habe ich die Kiste auf jeden Fall. Hab hier gedrückt. Und ja. Jetzt habe ich hier gedrückt. Cool. Kann aber immer noch nicht. Muss ich die hochwerfen? Kann ich die überhaupt so hochwerfen? Äh. Äh. Was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Ich wollte die nicht. Mann, ey. Ich wollte die doch nicht da hochwerfen. Also zumindest. Ja, aber nicht so ganz. Ähm. Joa. Freunde. Ich glaube, das sieht gerade. Obwohl, warte mal. Ich kann ja mit der einen Seite da hin. Ich hätte jetzt beinahe neu gestartet. Aber ich kann ja mit der Seite da hingehen. Aber ich kann ja nicht springen. Ich hätte das da oben draufwerfen sollen. Oder wie? Oder was? Also, ich gehe hier nochmal hin. Jetzt wechsle ich das hier. Kann ich jetzt irgendwas damit machen? Och Mann. Ich habe hier wieder einen Fehler gemacht. Warte mal. Ich muss das nochmal neu spielen, Freunde. Okay, also. So, teile mich hier auf. Er fährt da eben schnell hin. Der geht hier. Oh nein. Also, ich teile mich hier eben schnell auf. Der geht da hin. Der Unterkörper läuft zu dieser Seite. Dann fahre ich hier hin. Er geht da drauf. Er geht hier rauf. Ich gehe da hin. Dann fahre ich mit dem hier hin. Er läuft hier lang. Dann fahre ich nochmal. Hä? Äh. Äh. Boah, Freunde. Das ist jetzt. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich muss jetzt leider. Äh. 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 Komm. Also, er geht hier hin. Das war so. Er geht hier rauf. So, dass ich dann da rauf gehen kann. Darauf gehen kann. Hier rauf. Hier rauf. So. Er geht da hin. Läuft hier nach vorne. Dann fährt er weiter. So, dass ich dann hier hingehen kann. Und mir den Block gleich holen kann, Freunde. Jetzt habe ich den, den Block. Ich aktiviere das Teil hier. Muss aber auch wieder wechseln, so dass die Platte wieder zurückfährt. Einmal komplett. Jetzt kann ich hier rauf gehen. Diese andere Person geht da hin. Jetzt kann ich nämlich warten, bis der andere Block wieder hochkommt. Ich gehe hier rauf. Gehe hier rauf. Jetzt gehe ich hier hin. Er geht da runter. Er fährt hier hin. Easy, Freunde. Easy. Ich glaube, ich habe es. Dann verbinden die sich wieder. Okay. Und jetzt gehe ich hier hoch. Er läuft hier rüber. Ah. Wartet mal. Ich muss mit meinem Fuß jetzt. Wartet mal. Mit meinem Unterkörper. Hier rauf gehen. Und jetzt kann der. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist aber tricky. Jetzt geht er da hin. Dann fährt er es runter. Jetzt gehe ich hier hin. Gehe da runter. Verbinde mich wieder. Und jetzt habe ich es geschafft. Oh mein Gott, ey. Das war hier Brainpower. Das war echt schwer. Das war echt sehr schwer. Okay. Hier kann ich ja nicht mit dem ganzen Körper durch. Nur mit dem Oberkörper wahrscheinlich. Genau. Wenn ich jetzt hier bin. Aber was ist denn das da unten? Das muss ich mir erst mal angucken. Also wieder verbinden. Ach, hier ist der. Ah, das ist mit einem Seil verbunden. Wartet mal. Ich zeige euch das mal eben nochmal. Ich nehme das hoch. Und da unten das Teil. Ach so. Ja, ich habe es euch. Ihr müsst eben respawnen. Ich mache einen Split. Ich nehme das hoch. Jetzt werfe ich das da hinten drauf. Äh. Ich habe es hier drauf geworfen. Jetzt wackelt das Teil da. Da muss ich wahrscheinlich irgendwas mitnehmen. Aber Freunde, das ist mir ein bisschen zu sass. Ich nehme. Ich gehe nochmal hier hin. Und nehme aber auch gleichzeitig noch meinen Unterkörper mit, Freunde. Ich gehe hier hin. Und laufe damit jetzt rüber. Okay. Oh, jetzt ist mir runtergefallen. Also nochmal hier rüber. Und jetzt springe ich da hinter. Er springt da rauf. Aha, es sieht gut aus, Freunde. Es sieht gut aus. Und Sprung. Okay. Okay. Und Sprung. Wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke. Was passiert dann? Ah, jetzt fährt er rüber. Aber wenn ich wieder... Warte mal. Muss ich hier rauf gehen? Wenn ich hier rauf drücke. Geht ne... Alter, was ist das denn jetzt? Oh nö. Was ist das denn jetzt? Es geht hier so ein Tor auf. Ich glaube, ich muss jetzt hier erstmal ganz nah an der Ecke stehen. Und ups. Ja komm, ich werfe es hin. Und jetzt kann er vielleicht hier... Nein, ich bin ins Lava gesprungen. Oh, wie dumm. Okay, aber er ist hier, der Knopf. Okay, das ist ein Checkpoint. Ich springe hier... Hä? Ich springe hier rein. So, jetzt bin ich hier drin. Er geht jetzt hier rauf. Wartet mal. Ich... Ich werfe mal den da hin. Hä? Wenn ich den da hinwerfe. Ach, weil mein Unterkörper im Lava war. Ach so. Also, ich springe ihn da nochmal rein. Habe ich zumindest vor? Okay, ich bin drin, Freunde. Ich bin drin, ey. Okay, ich gehe hier drauf. Den schmeiße ich da hin. So. Wenn ich jetzt hier... Ah, ne. Den kann ich da nicht hinschmeißen. Ich muss den schon hier raufwerfen. Ja, ich wackele jetzt hier unten rum. Okay. Und hier bin ich jetzt. Was ist das hier? Händert sich dadurch irgendwas? Drücke zumindestens mal jeden. Ja, ich habe keine Ahnung, was sich jetzt hier geändert hat. Sehe ich euch ganz ehrlich. Wartet mal. Ist das wie das hier unten? Wir haben hier drei, vier Blöcke, die abstehen. Wir haben hier eins, zwei, drei. Ich glaube, ich muss jedes Ding einmal ablaufen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich muss jedes Teil einmal berühren, ohne es zweimal zu berühren. Und das kriegen wir hin, Freunde. Das kriegen wir richtig hin. Hier einmal rum. Ah, es sieht schlecht aus. Und verkackt. Wir gehen hier hin, da hin, da hin, da hin. Hier laufen wir einmal rum. Jetzt haben wir diese Seite nämlich schön fertig. Jetzt gehen wir hier hin. Da rum. Dann haben wir kein Problem mit der Ecke. Aber jetzt haben wir ein Problem mit der Ecke da. Mist. Jetzt gehe ich hier hin. Und ich habe zwei Probleme, Freunde. Okay. Hm. Aber ich glaube, das war schon ein ganz guter Ansatz. Wir laufen hier lang. Nein, doch nicht. Wir laufen hier. Hier, hier, hier lang. Wie war denn das? So rum. So rum. So rum. Ja. Und jetzt gehen wir hier lang. Und ich glaube, hier habe ich schon wieder einen Fehler gemacht, Freunde. Ich muss hier hin, da hin, da hin. Ich komme ja, wenn ich zu dem will. Ach, ich echt. Hm. Muss ich vielleicht doch andere Seite machen. Also so. Ich laufe hier lang. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich laufe hier lang. Und jetzt kann ich hier hin laufen. Da, da ist durch. Jetzt fehlt mir da hinten. Einer fehlt mir. Einer fehlt mir. Okay. Das war schon mal nicht schlecht. Ich laufe mal gerade rüber. Ah, nice, Freunde. Die Seite habe ich schon mal fertig. Jetzt muss ich irgendwie diese Seite hier schaffen. Und ich schaffe es auch, Freunde. Ich gehe hier hin. Da hin. Da lang. Hier einmal rum. So rum. Und, Freunde, ich habe es geschafft. Boom. Ich habe den. Ich habe ihn. Ey. Das war aber krass. Das war krass. Muss ich so sagen. Oh, nein. Ah, okay. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Obwohl. Wo ist mein. Och, nö. Wo ist mein Dingens hin? Kann ich den nochmal neu spawnen? Wartet mal. Och, nö. Ich habe es gerade geschafft, das Rätsel. Jetzt ist mein Teil hier weg. Ah, Mist, Freunde. Nochmal neu starten. Ah, okay. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Sehr gut. Gut. Dann nehme ich den mit. Hier kommt jetzt mein Unterkörper rein. Okay. Er ist drin. Und jetzt gehe ich hier rauf. Aber wie wird denn das hier größer? Ah, Mist, Freunde. Ich muss das Rätsel doch nochmal machen. Ah, Mann. Aber ich habe es hingekriegt, Freunde. Das Rätsel habe ich nochmal hingekriegt. Ich nehme den hier jetzt mit und werfe den erstmal da hin. Raus mit dir. Jetzt nehme ich das hier wieder mit. Nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wartet mal. Ich muss das Rätsel nochmal machen. Aber es funktioniert ganz einfach. Ihr müsst hier anfangen. Das dann so laufen. Einmal hier lang. Jetzt startet ihr hier wieder vom Neu. Dann geht ihr hier rein. Aber es geht ganz einfach. Ihr müsst hier einfach starten. Lauft hier so lang. Geht hier wieder rein. Okay. Dann geht ihr hier einmal raus. Ihr könnt hier den auch direkt drücken. Dann lauft ihr hier raus. Einmal um eine Kurve. Und jetzt müsst ihr das wieder abwechselnd machen. Geht hier einmal rauf. Und jetzt könnt ihr da hin laufen. Fertig. Und jetzt habt ihr ihn. Und jetzt könnt ihr wieder zurückgehen. Wir werfen den einmal hier hin. Nehmen den mit. Gehen hier rüber. Jetzt wechseln wir. So dass er hier rein kann. Wir wechseln wieder. Dann gehen wir hier rüber. Ja, und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Kann ich damit durchgehen? Muss ich den hochziehen? Ist das das? Nein, das ist auch nicht. Ah, Freunde. Der Knopf hier unten aktiviert beide. Ach so. Okay. Also wir gehen nochmal wieder zurück. Wir haben uns den Kasten hier geholt. Und werfen den mal nach unten. Jetzt tauschen wir. Und schieben den damit. Nehmen wir hier auf den Knopf drauf. So. Das muss reichen. Jetzt tauschen wir wieder die Leute. Nehmen dieses Teil. Gehen damit. Können wir jetzt sogar ganz schön hier an eine Ecke rangehen. Jetzt tauschen wir wieder. Springen sogar hier rauf. Und können ganz entspannt hier rauf gehen. Er läuft jetzt rüber. Und zwar hier hin. Auf die andere Seite rauf. Ich glaube, das hier ist ein Checkpoint. Den haben wir jetzt erreicht. Aber. Ach, da unten läuft das Laserteil. Okay. Ich glaube, ich kann mich jetzt hier wieder vereinen. Ich springe hier mal nach unten. Vereine mich. Und jetzt kommt hier diese Platte. Da springe ich drauf. Jetzt müssen wir bei der Obby ein bisschen springen. Sprung. Sprung. Okay. Ein bisschen viel springen. Okay. Wir müssen ein bisschen viel springen. Sprung. Sprung. Noch ein Sprung. Und jetzt aber. Boah. Krass. Freunde. Dieser Obby ist so schwer. Ja, das ist so ein Rätsel, Freunde. Aber wir haben sie auch geschafft. Jetzt gehen wir in die nächste Stage. Hier muss man, glaube ich, zwei Körper sein. Genau. Full Body. Das hier ist das eine Tür, wo wir raus oder rein müssen. Ich weiß es nicht. Wir nehmen jedenfalls dieses Teil hier. Und dieses Teil. Und da geht dann die Tür auf. Okay. Dann muss ich da ja wahrscheinlich wohl wieder hingehen. Aber ich kann hier nur mit meinem ganzen Körper hin. Hm. Hm. Kann ich das da durchwerfen? Ja. Das kann ich da durchwerfen. Und ich kann hier rauf springen. Das ist der Trick. Ich glaube, das mache ich lieber an der Wand. Das ist einfacher. Also an der Wand. Okay. Jetzt bin ich hier oben drauf. Das muss hier wahrscheinlich auf so eine... Kann hier gar nicht springen, lol. Hm. Also ich kann hier nur mit meinem ganzen Körper durchlaufen. Hier ist das grüne Teil, was ich mitnehmen kann. Aber ich habe hier zwei Knöpfe, die ich drücken muss. Ansonsten geht nämlich die Tür da hinten nicht auf. Kann ich auch nochmal zeigen. Also teilen. Teilen. Jetzt geht die Tür da hinten auf. Da muss ich ja eigentlich hin, würde ich sagen. Oder soll ich hier nur mit meinem Unterkörper rauf? Muss ich das Teil da hochwerfen? Hm. Ja, ich komme jetzt auf jeden Fall nicht mehr durch. Ah, wartet. Ich habe die Idee. Ich habe die Idee. Ich muss mich jetzt hier erstmal wieder vereinen. Ah, das geht nicht. Wartet mal. Ich muss hier mit meinem ganzen Körper durch. So. Dann nehme ich die grüne Box hier. Splitte mich. Ich nehme meine Figur. Lauf hier hoch. So. Mit der gehe ich jetzt zu dieser Tür hier. Aber ich nehme dieses Teil. Werfe das hier auf die Box rauf. Auf den Knopf. Das auch. Dann geht die Tür hier auf. Hier gehe ich durch. Und jetzt ist hier eine Jump-Obby, die ich irgendwie machen muss. Jo. Wie schnell. Okay. Also die ist schnell, der Kollege. Nicht geschafft. Jetzt aber springen. Ah, Mist. Sprung. Und geschafft, Freunde. Da müssen wir jetzt auf die andere Seite springen. Genau. Hier bewegt sich. Hey, da bewegt sich was. Also Box. Box hier hin. Person rüber. Tür aufmachen. Und jetzt hier wieder hoch gehen. Diese Obby natürlich machen. Und ich bin schon wieder hier. Hier rauf springen. Okay. Geschafft. Geschafft. Jetzt muss ich erst mal beobachten. Ah, da kann ich gleich einfach rüber laufen. Da brauche ich nicht springen, Freunde. Da kann ich einfach rüber laufen. Im richtigen Moment. Oh mein Gott. Hier vielleicht auch. Ja. Okay. Und hier auch. Okay. Checkpoint erreicht. Den muss ich wahrscheinlich irgendwie runter. Ich mache den schon mal runter. Der ist schon mal unten. Oder hätte ich den da rauf schieben müssen? Naja, kann ich ja gar nicht. Okay. Oh nein. Oh nein. Warte mal. Mist. Ich muss mal den Block noch mal rüber schieben. Kann ich jetzt noch wieder hier hoch? Ja. Okay. Komplett vereinen. Das teilnehmen. Ah ja. Jetzt kann ich das sowieso hier hinwerfen. Perfekt. Okay. Dann jetzt muss ich wieder da hinten hin irgendwie. Ich habe den Checkpoint erreicht. Hier kann ich ja einfach rüber laufen. Genauso wie da vorne. Einfach rüber laufen. Und hier auch. Checkpoint erreicht. Perfekt. Und Sprung. Ah, sehr gut. So. Wo treffe ich hier jetzt aufeinander? Hier. Okay. Das ist ganz schön langsam. Nein. Oh Mist. Mist. Also wieder rüber. Brung. Ja. Okay. Jetzt aber. Okay. Den haben wir geschafft. Oh. Das ist mies. Das ist ganz fies. Okay. Nochmal springen. Oh Mist. Und hier kann ich nicht springen. Hier kann ich nicht springen. Was soll das? Oh Mann. Das Schwierige an diesem Level ist jetzt nicht mehr das Gedankenspiel. Sondern die Obby an sich. Oh Mann. Und jetzt Freunde. Brung. Oh. Geschafft. Okay. Das ist auch tricky. Müsste aber machbar sein. Und Sprung. Oh. Ganz knapp. Aber kann ich nicht einfach die Boxen nehmen? Die aufeinander stapeln? Ne. Das geht auch nicht. Ich muss. Ich muss also wirklich das Rätsel lösen. Beziehungsweise die Obby schaffen. Und jetzt Freunde. Jetzt aber. Nein. Oh. Brung. 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 Abwarten. Abwarten Freunde. Wir warten ab. Und Sprung. Jetzt aber. Und Sprung. Hey. Oh mein Gott Freunde. Oh mein Gott. Jetzt kommt das letzte Level Freunde. Wie wird das letzte Level aussehen? Äh. Es sieht schon wieder. Es sieht schon wieder schlimm aus Freunde. Es sieht schon wieder schlimm aus. Also hier. Oh ne. Das ist dieses Spiel wieder. Ähm. Okay. Das kriege ich hin. Ja. Jetzt war ich zu langsam oder nicht? Ich ne. Äh. Nice. Okay. Das wird jetzt schwer. Also. Hier lang. Entweder. Das muss jetzt mein letzter werden. Der schräg rechts von mir ist. Okay. First try. Oh mein Gott. First try. First try. Let's go. Let's go. First try. Das schnell hier rauf. Hier hin. Wofür brauche ich jetzt diese Box hier? Ich gehe nochmal hier hin. So. Also. Ich versuche erstmal mit dem hier weiter zu kommen. Brung. Ups. Da da. Sprung. Brung. Ah. Okay. Ich weiß wofür ich die Box brauche. Ich weiß wofür ich die Box brauche. Da muss dieser Unterkörper gleich drauf springen. Damit der nicht runterfällt durch diese Brücke. Aber das kriegen wir hin. Ah. Ich kann doch nicht springen. Oh mein Gott. Ich kann nicht springen. Äh. Okay. Gut. Ich kann hier einfach hochlaufen. Also wieder zurück. Und rauf. Okay. Ich glaube ich laufe direkt runter. Und runterlaufen. Jetzt kann er hier nämlich da rauf springen. Und dann können wir beide zurücklaufen. Zurück gehen indem wir hier rauf gehen. Und. Nein. Was mache ich denn? Aber. Okay. Ich brauche nicht einen Neuanfang. Ich vereine die beiden einfach. Spring hier rauf. Und jetzt trenne ich wieder beide. Spring mit dem wieder drauf. So als wäre nichts passiert. Und rauf. Äh. Achso. Jetzt muss der hier rüber springen. Ja okay. Jetzt kann er hier eigentlich auch schon. Ach. Er kann auch einfach hier runter gehen. Das ist einfacher. Okay. Und. Jetzt geht er hier durch. Ganz easy. Verbindet sich. Und jetzt können wir hochlaufen. Da ist das letzte. Freunde. Wir haben das letzte Level erledigt. Wir können hier durch diese Tür laufen. Ich werfe den Block hier hin. Und wenn du das nächste Video sehen willst. Dann schau dir jetzt das Video auf der rechten Seite an. Bis dann. Und ciao. Also schnell hier durch. Und geschafft.